Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Wir haben schon jetzt einiges zu Graphen und Bäumen gemacht und wir wollen jetzt anfangen mit den Algorithmen für diese wundervollen kleinen Wesen. Und ja, wir fangen an mit was relativ Einfachem und zwar einem kleinen Beispielalgorithmus, damit man überhaupt so ein kleines Gefühl kriegt. Weil wir haben ja noch nie so ein Ding gesehen, wie soll man da überhaupt vorgehen mit einem Algorithmus für einen Graph. Das ist ja nicht irgendwas, was wirklich, also Graphen PH, das ist ja nicht wirklich irgendwas, was man jetzt so einfach darstellen kann, wie eine Liste oder ein Array. Und deswegen muss man sich das natürlich erstmal so ein bisschen überlegen. Und deswegen werden wir hier auch einen gerichteten Graphen auf Zyklen prüfen. Das heißt zum Beispiel, um Zyklen zu verbieten, um eben festzustellen, dass wir auch andere Algorithmen ausführen dürfen überhaupt, damit wir sagen können, okay, dieser Algorithmus, der funktioniert nur auf Zyklen freien Graphen oder halt auf a-zyklischen Graphen. Also verbieten wir die Zyklen, indem wir vorher natürlich überprüfen, ob das Ding überhaupt einen Zyklus hat. Ja, und deswegen müssen wir hier natürlich das Ding erstmal prüfen. So, ich werde euch jetzt direkt den Algorithmus um die Ohren hauen und der sieht folgendermaßen aus. Aber das Ganze ist natürlich jetzt nicht fertig. Also ich will euch das natürlich noch ein bisschen genauer erläutern. Das ist erstmal unser kompletter Algorithmus. Jetzt fangen wir mal oben an. Also er ist nicht lang, aber er enthält eine While-Schleife, weil mit einer Vorschleife wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Eine While-Schleife wird so lange ausgeführt, bis eben diese Bedingung, die wir hier angegeben haben, das ist diese Bedingung hier, bis die hier nicht mehr erfüllt ist. Das bedeutet, wir führen diesen Algorithmus eine ganze Weile aus. Und wie lange wir den ausführen, das schauen wir uns gleich an. Zunächst einmal, was steht hier oben? Nun, zunächst steht da, wir definieren uns einen Algorithmus, der nennt sich, also der Algorithmus heißt ISDAG. Das steht für Directed Acyclic, also Acyclic, quasi das Gegenteil von zyklisch, auf Englisch Graph. Also DAG steht für gerichteter a-zyklischer Graph und wir überprüfen quasi, ob das ein gerichteter a-zyklischer Graph ist. So heißt der Algorithmus einfach. Und der bekommt als Parameter einen Graph G. Der ist definiert als V, E. V, E ist die Menge aus Knoten V und Kanten E. Das ist einfach eine Menge aus verschiedenen Knoten und quasi die Übergänge zwischen den Knoten, die da existieren. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Also im Endeffekt ist das einfach bloß der komplette Graph, den wir hier drinnen haben. Und was wir jetzt hier sagen ist, solange es einen Knoten V in dieser Menge aller Knoten gibt, also solange es ein kleines V gibt, einen Knoten innerhalb dieser Menge, also solange überhaupt noch ein Knoten vorhanden ist, ja, das heißt offensichtlich ändern wir diese Menge an Knoten hier. Solange der vorhanden ist, und zwar, der muss auch ein bisschen was erfüllen, also dieser, wir können nicht einfach jeden Knoten V nehmen, aber solange es einen Knoten gibt, der folgende Bedingung hier erfüllt, machen wir diese zwei Operationen hier, die habe ich jetzt extra eingerückt. Die hier unten, die ist schon nicht mehr in der Wildschleife drin, nur noch die beiden hier sind da drin, okay? So, das heißt, solange dieser Knoten vorexistiert, der folgende Bedingung erfüllt, der Grad, ihr wisst noch was der Grad ist, quasi die Anzahl an Kanten, die davon weggehen, und zwar nur die ausgehenden Kanten, bitte. Das heißt, solange es Kanten gibt von meinem Graph oder für irgendeinen Knoten, die nur, äh, die ausgehend sind, und zwar 0 davon, also der Grad muss 0 sein von ausgehenden Kanten, das heißt, es darf keine einzige Kante weggehen von diesem Knoten, dann nehmen wir uns dieses kleine V hier und machen diese beiden Operationen hier, okay? Also, wenn wir einen Knoten finden, der keine ausgehenden Kanten hat, das ist im Endeffekt das, was hier steht, dann machen wir mit diesem Knoten genau das hier. Okay, ja, und was machen wir dann? Naja, wir nehmen uns die komplette Menge V und entfernen diesen Knoten einfach davon. Wir werden es uns gleich noch anschaulich angucken, was das genau bedeutet. Da steht also wirklich nur, wir entfernen den Knoten V, das ist quasi dieser Slash hier, aus der gesamten Menge an Knoten, die verfügbar sind. Keine Sorge, wir gucken es uns gleich noch grafisch schön an. Und dann steht hier unten im Endeffekt, wir entfernen alle Kanten von diesem Knoten, also entweder zu dem Knoten hin oder von dem Knoten weg, egal wie rum die geschrieben sind. Ich weiß keine ausgehenden Kanten theoretisch, aber es könnte ja sein, dass irgendjemand gedacht hat, hey, wir schreiben mal das ganze Ding einfach anders. Das steht da im Endeffekt. Genau formal geschrieben, für die Leute, die jetzt hier schon ein kleines bisschen Experten sind, möchte ich hier noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar, hier steht die Menge V, also quasi nur eine Menge mit einem Element drin, nämlich dem Knoten, den wir uns hier oben gesucht haben, und dann zu irgendeinem anderen Knoten innerhalb der Knotenmenge hin. Das heißt auch zu sich selbst, zu irgendeinem Knoten, egal was für einem, vereinigt mit der Menge irgendein Knoten und der Knoten, den wir hier genommen haben. Und die entfernen wir auch, also quasi alle Kanten des Knotens werden entfernt, egal, wohin sie gehen. Ja, und das machen wir, solange, also wenn wir das gemacht haben, überprüfen wir wieder, gibt es irgendeinen Knoten, der keine ausgehenden Kanten mehr hat. Und dadurch, dass wir jetzt hier Kanten entfernt haben, kann es natürlich hier neue Knoten geben, die eben keine ausgehenden Kanten mehr haben. Und dann nehmen wir den und dann nehmen wir den nächsten und so weiter und so fort, bis wir keinen Knoten mehr finden, der keine ausgehenden Kanten hat. Also es muss entweder kein Knoten mehr vorhanden sein in dieser Menge V, das kann durchaus sein, oder aber es gibt noch Knoten, aber die haben alle irgendwelche ausgehenden Kanten. So, und am Ende geben wir zurück, wie viele Knoten sind denn da noch drin? Sind das wirklich genau 0 Knoten? Also wenn wir hier keine Knoten mehr drin haben, dann geben wir Ja zurück, also dann ist es ein gerichteter a-zyklischer Graph, ansonsten geben wir Nein zurück. So, das ist jetzt ein bisschen arg trocken gewesen, das gebe ich zu. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal grafisch an. Und zwar haben wir jetzt einfach mal folgenden Graphen hier. Also es ist ein Baum und dieser Baum hat in kreuz und quere Richtung irgendwelche Kanten. Und man würde jetzt auf den ersten Blick denken, Jo, ist wahrscheinlich kein gerichteter a-zyklischer Graph, aber wir wollen das natürlich mit diesem Algorithmus hier überprüfen und uns den mal genau veranschaulichen. Denn ja, wir müssen, also wir können ja nicht einfach nur durch hingucken sagen, das kann ja ein Algorithmus, oder der Computer kann nicht einfach auf den Graphen gucken und sagen, ist kein gerichteter a-zyklischer Graph. Im Endeffekt steht hier jetzt nicht wirklich was davon drin, was da für Eigenschaften drin sind. Im Endeffekt habt ihr jetzt hier zwei Dinge, nämlich einmal die Menge V aus allen Knoten, da befindet sich also dieser Knoten drin, dieser Knoten, dieser Knoten, dieser, dieser, dieser und dieser. Das sind die V, also das ist quasi die Menge V aus allen Knoten. Und das hier ist eine Kante, das ist eine Kante, die gehen von diesem auf diesen Knoten, von diesem Knoten auf diesen Knoten und so weiter und so fort. Das ist im Endeffekt das, was hier steht, beziehungsweise das sind diese E, die Edges, ja. V für Vertices und E für Edges. Und ja, dann nimmt man eigentlich ganz gerne die englische Bezeichnung. So, und was wir jetzt machen ist, wir suchen uns irgendeinen Knoten V, es ist egal, welchen ihr als erstes nehmt, ihr könnt anfangen, bei welchem ihr wollt, ja. Es ist völlig egal, welcher Knoten hier genommen wird, solange diese Bedingung hier erfüllt ist. Das heißt, er darf keine ausgehenden Kanten haben, also der Grad des Knotens für die ausgehenden Kanten, der muss Null sein. Okay, jetzt schauen wir mal, für welche gilt denn das? Also, von welchem Knoten gehen keine Kanten aus? Da haben wir einmal den hier, dann haben wir den hier, dann haben wir den hier, wir nehmen einfach mal irgendeinen, das ist der da, den schmeißen wir raus, ja. Den löschen wir, also wir löschen erst den Knoten, das steht hier, und dann löschen wir alle Kanten von diesem Knoten. Also alle Kanten, egal ob sie zu dem Knoten hingehen oder von dem Knoten weggehen. Gut, nächster Knoten, nehmen wir den hier, den löschen wir auch, wunderbar und tschüss mit dir. Und ja, dann sehen wir hier plötzlich, okay, es ist weniger geworden, ja. Und jetzt machen wir im Endeffekt diese Wildschleife auch nochmal auf genau diesem Graphen hier. Gut, der nächste Knoten, für den diese Bedingungen erfüllt ist, war der hier unten, den hatten wir auch schon gesehen, den löschen wir auch. Und natürlich die Kanten, die davon weggehen. So, und jetzt sehen wir am Anfang, gingen natürlich von diesem Knoten hier noch zwei Pfeile nach da unten und wieder nach da. Aber die beiden Knoten gibt es ja jetzt nicht mehr. Genauso wie es eben die Kanten nicht mehr gibt zu diesen Knoten. Und dementsprechend hat dieser Knoten hier auch keine ausgehenden Kanten mehr. Das heißt, für den gilt jetzt auch, der Grad für diesen Knoten von ausgehenden Kanten, der ist null. Der insgesamte Grad von dem Knoten hier ist zwei. Aber er hat keine ausgehenden Kanten mehr. Und darauf kommt es hier an. Also egal wie viel auf ihn reinkommt, er darf keine ausgehenden Kanten haben. Also, was machen wir? Wir löschen den Knoten und wir löschen die Kanten, die zu diesem Knoten hinführen. Ja, und dann bleiben uns hier noch ein paar Knoten übrig. Und zwar der hier unten und der hier. Und die haben beide auch keine ausgehenden Kanten mehr. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder zwei, die wir hier in dieser Wildschleife picken können. Wir picken den unten als erstes, löschen den und dieses Mal müssen wir nicht mal eine Kante löschen, weil der überhaupt keine Kanten hat, also auch keine eingehenden Kanten mehr. Und als letztes bleibt natürlich noch der da oben übrig. Den löschen wir auch. Und dann bleibt nur noch ein einzelner Knoten übrig. Und das heißt, wir löschen selbstverständlich auch diesen Knoten und plötzlich haben wir den ganzen Graph gelöscht. Wunderbar. Und jetzt haben wir diese Wildschleife hier, können wir nicht mehr weiter ausführen, weil wir finden keinen Knoten mehr, der diese Bedingungen erfüllt. Tatsächlich finden wir gar keinen Knoten mehr in dieser Menge aller Knoten, weil die Menge aller Knoten ist ja offensichtlich gerade leer. Und deswegen haben wir hier oben diese Wildschleife nicht mehr erfüllt. Das heißt, wir springen hier runter zu diesem Return. Und dieses Return sagt mir, okay, wir geben jetzt zurück, ob dieser übrige Graph, der hier noch quasi steht, ob der keine Knoten mehr hat und dementsprechend natürlich auch keine Kanten mehr. Aber wenn er keine Knoten mehr hat, das ist die eigentliche Bedingung hier. Das heißt, hat dieser Graph hier keine Knoten mehr? Die Antwort ist ja. Und damit ist es ein gerichteter a-zyklischer Graph. Und wie wir auch gesehen haben, war ja im Endeffekt wirklich kein Zyklus drin. Also wir sind, wir hatten ja wirklich schon gesehen, dass da kein Zyklus ist. Jetzt machen wir noch ein Gegenbeispiel, und zwar mit einem gerichteten zyklischen Graphen. Und schauen mal, warum das da funktioniert. Da haben wir mal wieder das Haus des Nikolaus. Ich habe dieses Mal tatsächlich die Pfeile ein bisschen anders angeordnet, damit wir wenigstens etwas haben, was wir löschen können. Und zwar fangen wir jetzt mal an, hier mit dem Algorithmus wieder von vorne. Wie gesagt, man übergibt hier den Graph V, E. Und ich würde euch das jetzt mal ganz kurz als Übung machen lassen. Pausiert mich, macht die Übung für euch selber. Welchen Knoten könnt ihr als erstes löschen, welchen könnt ihr als zweites löschen, und so weiter und so fort. Und was ist euer Endergebnis? Also was gebt ihr wirklich zurück? Ist das vielleicht ein zyklischer Graph, oder ist es keiner? Die Antwort kennt ihr schon, aber es wäre wichtig, dass ihr mal kurz den Algorithmus durchgeht. Wir machen das aber jetzt zusammen. Das heißt, pausiert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Okay, also wieder zurück. Wunderbar. Wir fangen an und suchen uns den Knoten, der die Bedingungen erfüllt, dass seine ausgehenden Kanten nicht existieren. Also er hat keine ausgehenden Kanten im Endeffekt. Das bedeutet, wir gucken uns mal jeden einzelnen Knoten an. Der hat eine ausgehende Kante, er hat sogar zwei, um genau zu sein. Der hier hat eine ausgehende Kante, der hier hat eine ausgehende Kante, der hier hat zwei ausgehende Kanten, und der hier, äh, drei sogar, sorry, ähm, und der hier, der hat keine. Gut, das heißt, was machen wir? Wir löschen den Knoten da oben und löschen auch die Kanten dahin. So, wunderbar, aber ja, der nächste Schritt, der ist ein bisschen schwieriger, und zwar, wir sehen es hier, ähm, wir haben immer noch nur Knoten, die wirklich ausgehende Kanten haben, und zwar alle vier. Das heißt, wir können jetzt hier, also der hier hat hier diese beiden, der hat diese beiden, äh, diese drei sogar, nee, diese beiden, diese hier, und diese hier. Das sind ausgehende Kanten für jeden von diesen vier Knoten. Das heißt, diese Bedingung hier ist nicht weiter erfüllt. Also, es gibt keinen Knoten mehr. Es gibt einfach keinen mehr, der erfüllt, dass der Grad aller ausgehenden Kanten null ist, weil jeder dieser Knoten hat mindestens eine Kante ausgehend, das heißt, der Grad dieser Knoten ist jeweils mindestens eins. Dementsprechend machen wir diese Y-Schleife hier nicht, sondern springen direkt zu diesem Return hier unten. Und dieses Return besagt mir, wir geben zurück, ob die Anzahl der Knoten, die noch übrig sind, ob die null ist. Na, die ist offensichtlich nicht gleich null, die ist nämlich vier. Das heißt, vier ist nicht gleich null, also ist das Ding hier kein a-zyklischer Graph, sondern ein zyklischer Graph. Und das kann man sich relativ deutlich auch illustrieren, das sind jetzt nämlich noch genau die Knoten übrig, die in den Zyklus verstrickt sind. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz an, das ist ein Zyklus, wie wir gerade gesehen haben, also wir können hier, hier, hier gehen, dann können wir wieder hier, hier, hier gehen und so weiter und so fort. Also diese drei, die sind wirklich eins zu eins komplett zyklisch, ja, also da kann man einfach eine Loop-Taus bauen. Und dann haben wir natürlich noch die drei hier und wir haben sogar noch mehr, was wir bauen können. Wir können sogar noch eine größere Loop bauen, wenn wir hier lang gehen, hier, hier und dann wieder hier runter. Also wir können auch aus allen vier eine Loop bauen, sozusagen. Das heißt, was dieser Algorithmus im Endeffekt macht, ist, alle Knoten, die nicht zu einem Zyklus dazugehören, werden entfernt. Das heißt, ihr bekommt hier sogar noch ein bisschen mehr Informationen in dem Algorithmus, als ihr eigentlich zurückgebt. Ihr gebt hier nur zurück, ob das Ding wirklich gerichtet und a-zyklisch ist, beziehungsweise ob es a-zyklisch ist, aber ihr bekommt sogar noch die Information zurück, dass ihr, ähm, dass ihr, oder welche Knoten, also in V sind dann am Ende noch genau die Knoten drin, die in einem Zyklus drin sind. Ja, wunderbar. Also der erste Graphen-Algorithmus, den ihr kennengelernt habt, ich glaube, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ich glaube, das Schwierigste hier ist diese komische Schreibweise, aber ich glaube, damit kommt man ganz gut klar, wenn man sich das wirklich visualisiert und ich hoffe, das habe ich hier auch so getan, damit man das auch vernünftig verstehen kann. Alles klar, das war es also von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.